Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video nähen wir heute mal wieder was für die Mama. In dem Fall brauchte ich jetzt für den Urlaub noch eine kurze Hose. Und wenn auch du über Ostern in ein warmes Land verreist, solltest du auf jeden Fall diese Näheanleitung anschauen. Und zwar nähen wir heute eine kurze Hose. Das Ganze ist ein kostenloses Schnittmuster von PettyDoo. Ich verlinke dir einmal unten, wo du das Schnittmuster finden kannst. Und zwar ist das die kurze Hose Flora. Ich habe jetzt diese kurze Hose ohne geblümten Saum genäht. Also hier gibt es zwei Varianten, wie du diese Hose nähen kannst. Ich habe mich jetzt entschieden, das einmal nicht mit dem geblümten Saum, sondern mit einem normalen Saum zu nähen. Da ich einen Stoff gerne verwenden wollte, der für diesen geblümten Saum nicht besonders geeignet ist. Also wenn du diesen geblümten Saum nähen möchtest, dann brauchst du auf jeden Fall einen Webstoff. Das ist jetzt hier die Hose. Und zwar habe ich jetzt hier ein Viskose-Gemisch, also Viskose und Elastan verwendet. Und ich finde diese Hose, die fällt halt wirklich super. Das ist ein super schöner, fließender Stoff. Und ich finde diese Hose, die umschmeichelt, halt einfach eine Damenfigur. Diese Hose ist ratzfatz genäht. Und was wir jetzt alles dafür benötigen, hier in Anschluss. Folgende Materialien benötigst du. Am besten geeignet, wie schon gesagt, ist ein Webstoff. Ich allerdings habe jetzt hier einen Viskose-Mischstoff. Mischstoff, also Viskose und Elastan. Ansonsten ein Rollschneider ist sehr praktisch. Eine Schere. Ein Gummiband von 3,5 cm Breite. Ein Maßband. Und Wonder Clips oder Stecknadel. Ich zeige euch erstmal die Zuschnitte. Und zwar, was jetzt nicht im Schnitt muss man enthalten, ist hier einmal der Bund. Und zwar ist das jetzt hier für Größe 36. Also wir haben hier einmal im Schnittmesser Größe 36, 38 und 40. Und welche Größe du jetzt für deine entsprechende Körpergröße benötigst, findest du einmal in der Anleitung. Dann habe ich hier einmal meine Hosenbeine, und zwar gegengleich, einmal zurechtgeschnitten. Und dann einmal hier unten, da habe ich dann noch den Hosensaum. Auch einmal gegengleich zugeschnitten, also zweiteilig. Und jetzt lege ich mir mal eines Hosenteils hier mit der Rechner nach oben aus. Und lege da jetzt passend mit der Wölbung, also hier dieser Hosensaum, der hat hier unten eine Wölbung. Und den lege ich jetzt passend an die Wölbung von meinem Hosenschnitt an. Jetzt halbiere ich mir einmal unten den Saum, links auf links, und stecke mir dann diesen hier, nochmal so hochgedreht, an mein Hosenbein. Das mache ich jetzt mit der zweiten Seite auch. Und dann kann das einmal an der festgesteckten Kante abgesteppt werden. Hier habe ich jetzt beide Hosenteile einmal. Schon abgesteckt mit dem Saum unten. Jetzt markiere ich mir einmal hier noch meine Vorderseiten. Das sind die Seiten, wo das Ganze etwas tiefer liegt. Also ich hoffe, ihr könnt es hier erkennen. Einmal hier und einmal hinseite. Genau, und da waschelt meine Tochter einmal durchs Bild. Jetzt klappe ich mir jedes Hosenteil einmal rechts auf rechts zusammen. Und stecke mir dann hier diese Kante einmal fest. Das mache ich jetzt mit dem anderen Hosenbein auch. Und dann könnt ihr diese Kanten einmal absteppen. Jetzt habe ich das Ganze schon hier einmal geschlossen und habe somit schon mal unten die Partie, wo unser Bein drin ist, schon fertig. Was jetzt noch festgesteppt wird, ist der Schritt. Dafür lege ich mir hier einmal meine beiden Hosenteile rechts auf rechts zusammen und schaue, dass ich hier auch immer die Nähte schön aufeinander treffend habe. Und dann kann ich das Ganze einmal hier dann fixieren. Das ist unten diese Beinnaht. Und dann gehe ich einfach der Kante entlang hier weiter, stecke hier immer meine Wonderclips einmal dran und fixiere mir das Ganze hier einmal sicher. Genau, so sieht das aus. Es ist jetzt wie ein U. Einmal das Ganze hier festgesteckt und dann kann es jetzt einmal abgesteppt werden. So, abgesteppt. Jetzt wird das Ganze einmal hier gedreht. Ich ziehe also mein Hosenbein einmal raus. Und dann nimmt das Ganze schon in Form einer Hose an. Und den nächsten Schritt verarbeiten wir jetzt einmal den Hosenbund. Den Hosenbund lege ich jetzt hier einmal rechts auf rechts zusammen, stecke mir dann hier diese offene Kante fest und stecke mir diese einmal ab. Jetzt habe ich die Sremse einmal abgesteppt. Jetzt halbiert mir noch links auf links einmal den Hosenbund und stecke den jetzt auch hier einmal an meine offene Kante von meiner Hose fest. Einmal ringsherum das Ganze festgesteckt, kann es jetzt nur an der offenen Kante einmal abgesteppt werden. Jetzt fehlt uns nur noch der Gummi in unserem Hosenbund. Und zwar messe ich den Gummi einmal bei euch an der Stelle, wo die Hose sitzen soll, ab, wie eng das Ganze sitzen soll. Und dann schneidet ihr euch entsprechend das Gummi zurecht. Jetzt habe ich das hier auf einen Sicherheitsnadel aufgefädelt. Und kann das jetzt durch hier diese Stelle von meinem Hosenbund, da habe ich mir eine offene Stelle gelassen. Das ist ganz wichtig, damit ihr hier einmal das Gummi durchziehen könnt. Achtet beim Durchziehen, dass ihr das Gummi nicht dreht, sodass es einfach schön glatt im Hosenbund liegt. Jetzt habe ich einmal das Gummi durchgezogen und habe mir das Ganze mit einer Sicherheitsnadel fixiert und habe einmal die Hose anprobiert, ob das auch so passt. Und jetzt werde ich mir einmal hier mit einem elastischen Stich mein Gummi absteppen. Jetzt habe ich mir das nochmal ein Stück abgeschnitten. Und jetzt ziehe ich hier einmal an meinem Hosenbund und ihr seht, jetzt verschwindet hier einmal mein Gummi in den Hosenbund. Und jetzt schließe ich diese Kante, die ich hier offen gelassen habe, einmal wieder mit einer Naht. Und dann ist die Hose fertig. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen und wenn du Tragebilder zu dieser Hose hier sehen möchtest, die wir jetzt eben genäht haben, dann folg mir doch auf Instagram. Denn hier werde ich jetzt auch immer zu den genähten Dingen Tragefotos veröffentlichen, sodass du ein besseres Gefühl dafür hast, wie diese einzelnen Kleidungsstücke auch sitzen. Also, verpass kein Video, abonnier meine Glocke hier und dann würde ich sagen, sehen wir uns wieder nächste Woche Freitag. Also bis dahin, tschüss! Wie diese einzelnen Kleidungsstücke... Wie diese einzelnen Kleidungsstücke... Blablabla...